Hallo liebe Diener, hier kommt ganz doll liebe Urlaubsgrüße aus Freiburg von Hubert und Gönny. Heute habe ich ganz verliebt zwei Postkarten für dich eingekauft, mein Hase. Zuerst die eine und dann habe ich noch eine gefunden mit einem Hasen drauf. So doll vermisse ich dich. Alle Häschen gehen jetzt schläfeln, alle Häschen groß und klein. Bald liegen wir uns wieder in unseren Hundearm, äh Hasenarm natürlich. Ich liebe dich, mein Häschen. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Vielen Dank.